Ich bin kein Freund davon, von dem langen Hinhalten von Packs, deswegen abwart. Komm schon. Gönn, gönn, bitte irgendwas Spielbares, wäre cool. Ja? Ja? Was? Was? Oh, nicht, Mittelfeld, Rüllet. Oder Seedorf. Machst du noch mal Rüllet? Oh, was ist das denn? Oh, zweitem Mal Hüllet. Was ist das denn? Junge, Alter. Wie kann man das Glück haben? Einfach Rüllet, oh mein Gott. Ich gehe kaputt. Gönn eine Ecke. Krass. Aber ich bin nicht sauer. Hallo? Hallo? Ah, Elegenta. Hi. Ich habe es gesehen. Ja, aber ich hätte eh nicht zu Ende gespielt. Nice Spiel gewesen. Ich hätte es ja eh nicht zu Ende gespielt. Ja, was denn? Auch mal Emotionen zeigen. Fühle ich direkt, wenn ich hier drin bin. Alles gut. Was soll ich dir sagen? Danke. Ich habe das Ding breiter gestartet. Was soll ich dir erzählen? Erstes Spiel, vielleicht eine Niederlage. Dinger, ich habe es mir gesehen, wie auffällig dieses Spiel ist, Mann. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da fängt er die Planung ganz oben hin. Oh mein Gott, ist diese Scheiße. Oh mein Gott, ist diese Scheiße. 4, 4. Okay, da kann ich gar nicht lang rumschnallen. Weiter geht es. Rein da. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Oh mein. Ah, Christiano Ronaldo. Digga, was? Oh mein Gott, was? RTG, was? 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 Dich flanken. Das hat sogar funktioniert. Die Nachbarn können mir so dreckig die Popperze runterlecken, ich sage es dir, wie es die Serie Winklung war, ich ziehe die Hose runter und kacke euch auf den Tisch, so war ich hier sitze. Hier so gehe ich hin zu euch und kacke euch so dermaßen auf euren verschissenen Tisch. Mann! Ich kacke euch auf den Tisch! Weil dein Bär sauer ist. Ja, aber wenn ich dir sage, ist es will. Ah, ich bin doch sauer. Schatz. Oh, Pups. Hör auf damit. Oh Mann, ey. Hör auf damit. Warte, ich muss ein Tor machen? Hör auf damit. Was machst du jetzt so ein Piratenauge? Oh mein Gott! Was? 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 Warte, was? 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 Ich verbrenne dein ganzes Haus samt Garten, Junge. Ich habe gerade das beste Tor der Welt geschossen. Oh, aber zu zart bin ich. Punkto Scorpion Kicks immer zur Stelle. Ah, ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich will ein neues FIFA, Mann. Das Game ist so kacke. Aber das Game ist erst seit drei Monaten draußen und wir müssen das noch so lange spielen. Und das fuckt mich so ab, Alter. FIFA 22 wird schon... Was, der kommt an! Der kommt an! Habt ihr das gesehen? Vom Torwart! Das ist doch wie das Chat-Tag, ne? Oh Mann. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ich will ihn da einmal reinlegen. Ja, größere Ausland, FIFA, Deutschland. Du bist aber anders. Und du wirklich 20 bist, dann ist das wirklich legendär traurig. Digga, also... Oh mein Gott. Ruhig, Special-Karte, weißt du... Oh, mein Gott! Schleich dich doch hier nicht so hin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie kann das fackig sein? Das ist halt, das ist halt FIFA. Darüber regt man sich auch. Ich vergebe hier 90 hundertprozentige Torchancen. Unser Neymar! Ich kann nix gegen Neymar machen! Er hat ne Stärke von 99! Neymar hat ne Stärke von 99! Er hat schon Totti Neymar! Ich frag ihn gleich, wo er schon den guten Totti Neymar hat, ne? Wieso hat der ihn schon? Wieso hat der schon Totti Neymar? So'n Spiel kannst du doch noch nicht gewinnen, so! Ja! Ja! Ja, ja! Jawohl! Oh mein Gott! LOL! What the fuck! LOL! Oh mein Gott! What the fuck! Also komm jetzt dahinter noch! Ach! Nein! Digga! Da! Da! Junge! Wie lange brauchst du? Nein! Nein! Wie mach ich den an? Oh Glück hab! Jetzt ist er an! Digga! Was ist das auf einmal? Wie lange Beppo braucht um zu schalten? Digga! Digga! Warum? Ich vollkommen verloren auf der 5, ne? Digga! Ich... Early, Junge! Da steht Controller leer! Und Beppo? Nein! Nein! Da liegt der Controller! Wo? Da! Es liegt ein Controller auf dem Tisch! Du siehst das so eine Sekunde, gibst du und machst auch wieder aus! Du nächstes scheiß Film, Digga! Ey! Ich bin fertig! Ich bin... Game Over! Das war's! Hilfe! Clip das mal bitte jemand! Hallo! Ich kann keinen Abschluss machen! Ich kann keinen Abschluss machen! Alter, wie broken ist dieses Spiel bitte? Doch ich hab noch eins! Das ist es! Das letzte! Das letzte hab ich noch bekommen! Jetzt ist ein Walkout safe! Ja, sag ich doch! Sag ich doch! Ikone! Ikone! Italien! Ich schwör auf mein Leben! ZOM! Ich schwör auf mein Leben! Icon! Ich schwör auf mein Leben! Meine erste Ikone! 91er Baccio! Das sind doch die 400k! Junge! Das sind die 400k! Du musst einfach dran believen, Alter! Ich sag mal eklische Tore schießen, ganz einfach. Kriegelhafte Tore. Ecke kommt's! Unglaubliches Tor! Versteht mir so die Haare. Irgendwann? Irgendwann seh ich mich da vielleicht nochmal. Ich meine, sie sind schon... Unterweilung. Letztes Mal, glaube ich, vor anderthalb Monaten nur so gefühlt beim Friseur gewesen. Bis zum 31.01. soll jetzt Alice erstmal weiter zubleiben, ne? Ja, also wer weiß, vielleicht wirklich in einem Monat sitze ich hier wirklich so. Baby, ich will sowieso wieder mein Kopf fegt. Wegen dir bin ich schon wieder lustig. Musik Musik Musik